Hallo im Deutschen Gesundheitsportal. Heute zur Arthritis schauen wir uns mal wieder ein klassisches Thema an, nämlich das Rauchen. Dass Rauchen ungesund ist, hat sich inzwischen hier wirklich rumgesprochen. Zwei neue Studien haben sich das aber noch mal genauer angeschaut und geschaut, wie sich auch ein Rauchstopp auswirken kann und hatten also dazu aktuelle Raucher und Patienten verglichen, die noch nie geraucht haben und solche auch untersucht, die Rauchen schon länger aufgehört hatten und haben dabei unter anderem festgestellt, dass Rauchen sich natürlich auf die Herzgesundheit negativ auswirkt. Das wissen wir schon. Auch auf die Arthritis sich negativ auswirkt, samt auch bei Morbus Bechterew in einer weiteren Studie den Krankheitsverlauf und die Krankheitsaktivität negativ beeinflusste. Aber in einer der Studien kam auch dabei heraus, dass ein Rauchstopp nach einer Weile auch die Patienten auf ein Niveau bringen konnte, wie das von Patienten, die vorher nicht geraucht hatten. Also das heißt, ein Rauchstopp macht sich auf jeden Fall bezahlt, ist eine wertvolle Sache, nicht nur in Zeiten von Lungenerkrankungen. Alles Gute!